Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Time of Change TV. Und heute sprechen wir über ein Thema, an dem immer mehr Menschen beginnen, wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und zwar das Thema über das Phänomen der Intuition. Ich nenne es Phänomen und Daniel Attila, mein Gast heute, nennt es Erwecke, den friedvollen Krieger in dir. Und wie das zusammenpasst, werden wir heute besprechen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Nepomok. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich will dir erst noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie ich so auf dieses Thema aufmerksam bin. Ja, du bist ja noch relativ jung und das Thema Intuition würden wir, also wenn ich mit Menschen spreche, gerne mal eher den Frauen zuordnen. Wir Männer sind ja eher die Krieger, das ist ja richtig. Wir hatten ja die letzten paar tausend Jahre ja unsere ganzen Komplikte mit kriegerisch gelöst. Aber es kommt offensichtlich eine neue Zeit. Jetzt ist etwas da, was wir auch in Zukunft verwenden dürfen. Und dieses Thema wollen wir halt in deiner Perspektive beleuchten. Ja, vielen Dank. Ich habe nie gedacht, dass ich jemals über Intuition sprechen werde, dass mich mein Lebensweg hier hinführen wird. Aber da ich meiner Intuition folge, verfolge ich einfach dieser Führung und bin hier gelandet. Und mein Lebensweg scheint mich dazu zu inspirieren, darüber zu sprechen und das an die Menschen weiterzugeben. Weil du warst ja als Kind, sag ich jetzt mal, wie wir als, sag ich mal, in der Gesellschaft sagen, jemand, der ein bisschen Revoluzzer war. Der, weil sich nicht irgendwie eingepasst hat, der hat gesagt, nee, also diese ganzen Normen und Regeln, irgendwie fühle ich mich da nicht so wohl. Da bist du dann irgendwie vorzeitig von der Schule raus, abgebrochen, irgendwo in die Welt hinausgereist. Das ist aber schon mutig auch, das zu tun. Ja, ich habe meinen Hauptschulabschluss gemacht und bin dann mit 17 Jahren nach Berlin gezogen, habe Häuser besetzt und habe mit viel Laufzeit auf der Straße auch verbracht. Und mit sehr wenig Geld bin ich durch die Welt gereist. Und auf diesen Reisen, gerade ohne Handy und ohne Internet und so all diesen Zeiten, da muss man quasi der inneren Führung vertrauen, um herauszufinden, wo finde ich denn ein Schlafplatz heute? Hast du denn die innere Führung auf diesem Weg erst entdeckt oder war das war also schon da? Ja, aber ich habe sie so entdeckt, dass ich oft auch nicht auf sie gehört habe. Das heißt, ich habe Erfahrungen gemacht, erzähle ich vielleicht später noch ein bisschen, wo ich eine ganz klare inneren Drang gefühlt habe. Und ich wusste genau, was passiert, denn die Intuition kann uns natürlich warnen, die kann Wissen direkt an uns vermitteln. Und wir wissen gar nicht, warum wir wissen, wir wissen nur, dass wir wissen. Und es ist so ein anderes Wissen. Ja, und ich habe diesem Gefühl damals auch oft nicht vertraut. Und ja, und auf diesem Lebensweg, da habe ich quasi immer wieder die Erfahrung gemacht, auch, da ich auch selber viele unterdrückte Ängste hatte, Konfliktsituationen anzuziehen. Und gerade wenn man mit... Ja, ich möchte gerne einhacken. Das heißt, das ist wahrscheinlich, wenn mir ein Hund begegnet und hat Angst vor dem Hund, dann wird ja dann wahrscheinlich mal die Gefahr, dass man da gebissen wird, sehr groß. Ganz genau. Also, und du bist als junger Mann hier unterwegs in fremden Gefühlen, in fremden Städten und fremden Ländern und schrallst Unsicherheit aus, ja, ein bisschen Verletzbarkeit. Und das wird sofort, sage ich mal, von den anderen wahrgenommen und sage, okay, haben wir vielleicht ein Opfer. Richtig. Und dann habe ich quasi festgestellt, okay, du bist jetzt hier als Hausbesetzer und viel auf der Straße und so weiter, lern mal lieber, dich zu verteidigen. Und dann habe ich verschiedene Kampfkunstsysteme studiert und die sehr intensiv studiert und habe dann auch gelernt, mich zu verteidigen. Und dann kam der Tag, wo meine Fähigkeiten getestet wurden und dann habe ich aber festgestellt, das hast du vielleicht auch schon festgestellt, da haben schon viele Menschen festgestellt, wir sind alle eins, wir sind alle miteinander verbunden. Du meinst jetzt, dass man, wenn man den anderen Tag verprügelt, dass man sich das Gewissen bekommt? Korrekt. Auch wenn der andere versucht, mich auszurauben oder was auch immer, mich angreift und ich mich wehre, das ist eine Erkenntnis, die ich bin viel Kampfkunstsysteme. noch nicht angekommen ist, dann kann ich nicht den anderen verletzen, ohne auch einen Teil von mir selbst zu verletzen. Und diese Erkenntnis hat mich dann graben lassen und ich habe gemerkt, ich will eigentlich wissen, bevor ein Konflikt stattfindet, damit es soweit gar nicht kommen muss, dass ich diese Fähigkeiten überhaupt anwenden muss. Und dann habe ich angefangen zu forschen und habe erst mal eine Gewaltpräventionstrainer-Ausbildung gemacht, habe die Kampfkunstsysteme entdeckt, wo ich zum ersten Mal wirkliche Übungen an die Hand bekommen habe, die einem helfen, Gefahren wahrzunehmen. Und im Vorhinein sozusagen zu spüren, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und etwas in mir, was mit etwas Größerem angebunden ist, was nennen wir es mein Unterbewusstsein, mein Überbewusstsein, meine Seele, Gott spielt keine Rolle für mich, ich fasse es zusammen als Intuition, vermittelt mir etwas. Die Intuition, die kommuniziert so mit Empfindungen, mit inneren Bildern, auch mit Visionen, mit Tagträumen. Und die sagt uns dann, was Sache ist. Kann es nicht sein, weil viele dieser asiatischen Kampfsportarten arbeiten auch mit dieser Intuition. Wo kommt der nächste Schlag, wie kann ich den abwehren? Aber auch eben, wie kann ich Kampf tatsächlich vermeiden, den Friedvoll lösen? Das ist, glaube ich, auch das, was in diesen Kampfsportarten vermittelt wird. Ist da auch hier vielleicht von ein paar Meistern noch eine Information gekommen? Ja, auf jeden Fall. Aber in erster Linie war das viel mein eigenes Ausprobieren. Für mich persönlich, ich habe am meisten durch Ausprobieren und Erfahrungen sammeln, Erfahrungen gemacht, die mir gezeigt haben, okay, das funktioniert so und so kann ich meine Intuition besser wahrnehmen. Und das funktioniert nicht. Und wenn ich so quasi in die Welt hinausschaue, dann sehe ich quasi so eine Sache, die mich sehr bedrückt. Und das ist, dass so viele Menschen so durch ihre Ängste quasi und gesellschaftlichen Konditionierungen in ihrem Verstand an Jobs gebunden sind, die ihnen eigentlich nicht gut tun und die eigentlich, ja, und auch durch diese Ängste kann ich auch Konflikte anziehen und auch in Beziehungen feststecken, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Das wiederum macht sie unglücklich. Dadurch wird viel kompensiert durch Drogen, Alkohol, was auch immer. Und ich sehe ganz oft sozusagen, manchmal öffnet sich mir so eine Wahrnehmung und ich sehe das Potenzial in Menschen. Und es macht mich so traurig dann zu sehen, wenn die so festhängen so. Und um diese innere Führung, Intuition zu befreien, braucht es den friedvollen Krieger. Das ist so ein abgespaltener Aspekt in uns. Und den braucht es, um unsere Ängste zu konfrontieren, wahrzunehmen, was unsere Bestimmung eigentlich ist und dann mutig unseren Weg zu gehen, unser Schwert zu ziehen im übertragenen Sinne und uns nicht aufhalten lassen von, ja, von anderen, die vielleicht ihrer Bestimmung nicht folgen, die versuchen uns unten zu halten oder nicht an uns glauben oder so. Und da ist dieser innere Krieger sozusagen ein ganz wichtiger Anteil. Ja, und es ist, ja. Ich denke, dass viele Menschen, wie du es gerade angesprochen hast, vielleicht gar nicht ihren Traum leben, vielleicht auch noch gar nicht nachgedacht haben, was ist denn überhaupt mein Traum, was ist denn meine Vision, was ist denn meine Begeisterung, was ich im Leben gerne umsetzen würde, weil sie eben von dieser Konditionierung, ja, viel Geld zu verdienen, damit man sich, sagen wir mal, in dieser Gesellschaft behaupten kann, vielleicht eine oberste Priorität ist, aber seine eigenen Talente zu finden, um sie auszudrücken, vielleicht eher hinten angestellt haben. Aber, wie du schon gesagt hast, wenn man aber nicht seinen Weg findet, dann wird das Leben komplizierter. Dann kommen die Widerstände und manche werden auch krank, manche kommen dann Burnout, manche machen Suizid etc., weil sie sagen, ich komme mit diesem System oder mit meinem Leben nicht mehr zurecht. Aber, wenn man es mit einem übertragenen Sinne sagen darf, wenn jemand in einem Graben ist, dann kann man ja den nicht aus dem Graben herausholen, sondern man muss ihm zeigen, wie der selber rauskommt, oder? Ja, um das geht es doch. Richtig, genau. Ja, also ich versuche den Menschen, es ist meine Bestimmung, oder jedenfalls ein Abschnitt meines Lebens, diese Erkenntnisse, die ich gemacht habe oder die ich gesammelt habe, dieses Wissen, was ich gemacht habe, an andere Menschen weiterzugeben. Und es sind leichte Sachen, die jeder für sich trainieren kann. Natürlich geht es dann tiefer und tiefer und tiefer, aber es ist total hilfreich, quasi dort jemanden an der Seite zu haben, der ihn begleitet, oder auch Gruppen zu haben, die gemeinsam da diese, sage ich mal, gesellschaftlichen Schichten, Angstschichten, Traumaschichten usw. abblättern, um dieser inneren Führung zu folgen. Und eigentlich braucht es nur die Frage und natürlich die Wahrnehmungsfähigkeit, okay, ich bin zum Beispiel, in jedem Bereich tut mir diese Beziehung gut. Und dann gibt es so ein inneres Gefühl von, ja, oder nein. Tut mir dieses Essen gut, ja. Wenn es mein Ziel ist, ich sage jetzt mal, irgendwas in einen Bauernhof zu gründen, das ist mein, das ist was, was ich fühle, das ist mein innerster Wunsch, mein, ja. Und dann suche ich sozusagen nach Möglichkeiten, das umzusetzen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die mich davon vielleicht abhalten wollen, bremsen wollen und da wahrzunehmen, so, okay, das ist jemand, der wird es mir schwieriger machen, so, der selber sozusagen hängt im Verstand fest und ist selber in einem Job, der ihm nicht gut tut. Genau, und ich kann in allen Lebensbereichen sozusagen immer meine innere Führung fragen, ist das gerade gut für mich? Bringt mich das weiter näher an dieses Ziel heran? Wie gehst du mit deinen Teilnehmern, du machst ja Kurse, ich habe auch Bilder gesehen, da bist du im Wald, und sagst, diese Kampfkunst kann mir zeigen, wenn eine Gefahr lauert, oder ich kann mir zeigen, wo mein Weg am besten zu gehen ist. Ist es der Austausch in der Gruppe, sich, ich sage jetzt mal, diesen Themen zu stellen, besser als im Einzelgespräch? Also bei diesen Camps, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, eben das Seine. Ich mache auch eins zu eins im Zoom oder in der Gruppe, also alles online ist auch alles eine Möglichkeit. Aber die Camps sind was ganz Besonderes, weil in den Camps sind wir quasi in einem Umfeld von intuitivem Wesen. Also in den Camps gibt es keine Handys, kein Strom, also Wasser kommt aus der Quelle, gekackt wird im Wald und es ist wirklich einfach gehalten. Und wir sind ja umgeben von Tieren, die ihrer Intuition folgen. Ein Tier fühlt ja, okay, hier ist irgendwie eine Gefahr und dann türmt es. Und wenn wir gut angebunden sind und sehr bei uns sind... Beim Tier würde man von Instinkt sprechen. Ja, aber für mich ist es ein bisschen das Gleiche so. Und wir haben diesen Teil ein bisschen verloren. Ein Tier, das geht schon weg, bevor das Erdbeben kommt, sozusagen. Genau, die spüren sich dann an irgendwelchen Sensoren und Vibrationen und was auch immer für, was da in der Luft noch, sage ich mal, rumspürt, im Wald. In fünf Tagen mit einer Gemeinschaft so. Wir gehen gemeinschaftlich durch einen Prozess, wo wir die Wahrnehmung schulen und wir schulen quasi auch unseren Geist so ein bisschen vorherzuschicken und Gefahren wahrzunehmen. Macht sich auch blind, sage ich mal, einen Baum ertasten oder so? Ja, sowas oder beziehungsweise blind ein bestimmtes Ziel erreichen oder sowas, um die Wahrnehmung zu schulen. Und wenn man das fünf Tage lang macht, wirklich abgeschnitten von diesen ganzen Alltagsablenkungen und Strom und all diesen Sachen in dieser intuitiven, natürlichen Umgebung, dann geht ziemlich was auf und wir kriegen wieder eine ziemlich gute Rückverbindung. Also da werden praktisch wieder diese Sensoren ein bisschen geschärft, die wir auch nicht haben, aber vergessen am hinzuhören. Im Wald gibt es ja nicht nur die Tiere, sondern auch die ganze Schwingung in einem Wald ist natürlich komplett anders. Die Ruhe ist anders, man hat vorhauses gleich mal mehr Energie. Aber auch diese Naturgeister, die hier noch mit agieren, habt ihr auch ein Thema dabei? Oder ist das dann auch so, nach mehreren Tagen, wenn man sagt, ach, ich spüre jetzt auch noch zusätzlich was, was man mit dem bloßen Auge nicht sieht? Das kommt auf jeden Fall vor. Sowas kommt auf jeden Fall vor. Ja, genau. Also die Wahrnehmungspaneele gehen einfach auf. Und ich gehe da nicht explizit darauf ein, es sei denn, die Teilnehmer bringen das rein. Es soll entweder gar nicht passieren oder von alleine kommen, sozusagen von innen heraus. Und der Grund, warum ich das im Wald mache, ist, also ich nenne das den Weg der Mitte. Und es ist ja so, dass wir in der Polarität leben. Und wir quasi immer so ein bisschen in einem von den Polaritäten oder sehr in einem von den Polaritäten sind. Und wenn wir jetzt quasi sehr, also sagen wir mal, wir sind sehr in dem einen Extrem, sagen wir Zivilisation und Verstand und Kopf und so weiter. Ist ja auch wichtig, hat ja auch alles seine Berechtigung und seinen Wert. Verstand und analysieren und so weiter. Und jetzt sage ich, okay, jetzt will ich mehr in die Mitte kommen, so, um mehr ein ausgeglichener Mensch zu sein. Und ein bisschen die Intuition mit integrieren. Dann, also wenn ich das mit einem, normalerweise demonstriere ich das mit einem Papierchen. Wenn ich quasi ein Papier so knicke, dann versuche ich das wieder gerade zu machen. Dann wird es immer wieder so ein bisschen hier so rüberhängen. Es wird nicht in der Mitte bleiben. Wenn ich will, dass das Papierchen in der Mitte bleibt, dann muss ich es erst ins andere Extrem knicken. Und jetzt komme ich mehr in die Mitte. Und wenn ich jetzt quasi sozusagen immer in meinem Büro sitze und ich merke, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt mir. Irgendwie bin ich nicht so richtig angebunden. Ich fühle nicht so richtig und ich habe nicht die richtigen Werkzeuge. Und ich habe nicht die richtige Gruppe, um so motiviert und mutig meinen Weg zu gehen. Egal, was da für Ängste aufkommen. Dann kann so eine Erfahrung, fünf Tage eben das andere Extrem zu trainieren. Es geht jetzt nicht darum, dass wir alle zurück in den Wald ziehen, sondern fünf Tage lang einfach dieses andere Extrem auspendeln, sozusagen dort Erfahrung sammeln, in einer Gruppe gemeinsam wachsen. Und dann kommen wir dadurch quasi mehr in unsere Mitte. Das Thema Wald ist ja momentan auch ein Trend, Waldduschen, was es alles gibt mit Wald. Aber die meisten Menschen nehmen den Wald natürlich als Sportinstrument her. Sie joggen durch den Wald, sie kraxeln auf die Berge. Alles immer mit Sport und Bewegung, den Körper zu bewegen, ist ja auch mit Sicherheit kein schlechtes Thema. Aber dieses Thema, was du ansprichst, ist ja das Thema auch, das hat ja was mit Stille zu tun. Das hat ja was mit der innere Einkehr zu tun, die innere Stimme zu hören und dieses Außen, sage ich mal, eigentlich alle möglichen Geräusche zu reduzieren, damit man wieder etwas anderes wahrnehmen kann. Genau, also mit der Wahrnehmung beginnt alles. Ohne Wahrnehmung kann ich diese, die Intuition ist sehr leise. Ja, oft. Also in Extremsituationen, wenn der Verstand von der Angst so abgekapselt wird, kann auch sein, dass die innere Führung komplett einfach übernimmt. Das habe ich auch schon erlebt. Aber im Normalfall, so im Alltag, da müssen wir ganz ruhig und leise werden. Ich gebe dir ein schönes Beispiel. Ich bin in meiner Küche und ich wasche gerade mein Geschirr ab. Und auch ich bin in meinem Alltag, in meinen Gedanken und so weiter. Und dann ab und zu schaffe ich es, mich im Alltag zu besinnen und kurz mich auf meine Atmung zu fokussieren und wahrzunehmen. Und auf einmal taucht ein Bild von mir vor meinem inneren Auge auf. Und das ist ein Bild von dir. Und ich habe lange, ich habe mein Buch von dir gelesen und ich, weißt du, ich respektiere dich und alles. Aber ich denke jetzt nicht jeden Tag an dich. Und ich habe auch lange nichts mehr von dir gesehen oder gehört. Und dann frage ich mich so, warum taucht dieses Bild jetzt auf? Normalerweise hat es eine Bedeutung. Und dann versuche ich das herauszufinden und finde nichts. Und dann einen Tag später checke ich meine E-Mails und sehe eine E-Mail. Und da steht drin Interview-Einladung hier mit Nepomuk. Und dann war ich so, ah, das war es. Alles klar. Und dann habe ich gar nicht richtig zu Ende gelesen. Ich wusste so, alles klar, das ist der nächste Schritt. Das muss ich machen. Das Leben hat mich jetzt hierhin geführt. Das ist spannend, weil ich mache ja eigentlich meine ganze Arbeit auch genau mit diesen inneren Bildern, mit dieser inneren Stimme oder mit diesem inneren, bei mir ist er hellwissen, was der nächste Schritt ist und in Folge dann. Und da geben sich dann die Schritte automatisch für die Nächsten. Und das ist natürlich, und darum ist das auch ein tolles Gespräch, denn viele Menschen sagen, ja langsam, ihr gebt praktisch die Verantwortung ab und lebt so hier in den Tag hinein. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Sondern diese innere Stimme, dieses höhere Selbst oder diese größere Intelligenz, die hat ja einen ganz anderen Überblick, als den ich in meinem Verstand habe. Und die weiß natürlich, wenn du hier gehst, ist die Gefahr weniger, als wenn du hier abbiegst, dann gib dir einen Tipp. Genau. Du kannst aber selber entscheiden, ob du so, nee, nee, ich will aber jetzt hier die Gefahr haben. Ja. Das meine ich damit, oder? Und es ist sehr spannend, sich das aufzuschreiben und zu gucken, so, okay, hier hatte ich so ein Gefühl. Ich habe nicht darauf gehört und ich habe zum Beispiel auf den Verstand gehört und das hat mich hier und hierhin gefühlt. Und hier hatte ich so ein Gefühl von, okay, das folgt dieser Intuition, dieser inneren Stimme und dann hat das so und so ein Ergebnis. Ich kenne viele, viele von diesen Geschichten, wo Menschen gesagt haben, okay, ich kann jetzt nicht auf diese Straße fahren und dann wäre ich genau mitten in den Unfall gekommen. Genau. Oder ich steige nicht in den Flieger oder mein Verstand hat gesagt, du musst du mir nicht diesen Job annehmen. Aber ich habe meine Intuition gefolgt und einen ganz anderen Job, das ursprünglich ausgesehen hat, als wenn hier das gar nicht so gut wäre. Und dabei hat es das alles gedreht. Genau. Dann heißt es ja eben, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Absolut. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Diese Intuition, dass uns die irgendwie abhandengekommen ist in unserer Ausbildung, Schule, Kindergarten, wie auch immer, ist eigentlich ein trauriges Kapitel unserer Menschheit. Aber das können wir ja hier wieder ein bisschen auffrischen. Denn diese Instrumente, also riechen, hören, schmecken, in unserem normalen Sinne, dann überspricht ja sowieso niemand. Aber diese hellen Sinne oder diese zusätzliche Intuition, die hier aus dem Herzen kommt, die haben wir ja auch. Die Frauen, die dürfen ein bisschen emotionaler sein. Aber das hat mit Emotionen, glaube ich, gar nichts zu tun. Sondern das ist ja eigentlich ein tolles Instrument, wenn ich, das ist wie ein Autopilot im Flugzeug, wenn ich sage, ich muss aber irgendwann schnell hin und schalte den Autopiloten ein, dann weiß ich auch, dass das dann liegt. Ja, die Kunst ist, sich daran zu erinnern, dass der Verstand Kontrolle und Sicherheit will und die Intuition Wachstum und Weisheit. Und das beißt sich manchmal. Und der Verstand, der kann das natürlich nicht nachvollziehen, wenn die Intuition sagt, nee, du musst aber jetzt hier lang gehen und du denkst dir, oh mein Gott, wo führt mich das hin? Ich weiß gar nicht, was dort ist, weil der Verstand will ja kontrollieren. Weil ich diesen Weg nicht kenne, der wird mich wahrscheinlich über einen vielleicht sogar sehr direkten Weg zu genau dorthin fühlen, wo ich hingehöre und wo mein Platz ist. Aber ich verstehe das oft nicht und kann das nicht nachvollziehen. Und dann braucht es eben diesen Mut, das einfach zu tun. Und es gibt auch viele Menschen so oder viele Dinge und Ängste und Konditionierungen, die uns davon abhalten wollen. Und da ist es wichtig, so wirklich, deswegen friedvoller Krieger für mich, da braucht es wirklich diesen Mut und diese Werkzeuge, um damit umzugehen. Und bei mir, also mal ein ganz, ganz kleines Beispiel, ich fühle zum Beispiel auch jetzt so ein bisschen Stress und ein bisschen Angst, so viele Kameras und Lichter und so. Und ich fühle diesen Stress zum Beispiel hier. Und ich weiß, dass zum Beispiel, dass meine Wahrnehmung dämmt. Und ich versuche auch so zu tun, ich versuche jetzt so einen lässigen Eindruck zu machen und so zu tun, als hätte ich eigentlich nicht so viel Angst, wie ich eigentlich gerade habe. Und wenn ich jetzt quasi das Gegenteil mache und sage, okay, okay, da ist jetzt gerade viel Angst und ich gehe da voll rein und ich gebe dir jetzt Raum, also ich erkenne sie an. Anstatt die so runterzudrücken, erkenne ich die an und sage, okay, die Angst darf jetzt da sein, dann wird die Spannung noch mehr. Und dann spanne ich noch mehr an und atme und versuche, das wieder so rausfließen zu lassen und mache das so lange und so intensiv, wie ich das brauche und lade die Angst richtig ein. Und dann legt sich das so langsam und dann kann erst diese Wahrnehmung kommen. Und wenn ich das quasi nicht mache, wenn ich diesen Prozess nicht mache, dann trübt die das, dann färbt die die Intuition ein. Also wenn ich Angst habe vor Dunkelheit oder so und meine Intuition will mich da langführen und da ist aber eine Angst von, ich habe aber Angst vor Dunkelheit, dann wird das beeinflussen. Ja, genau. Und die größte Angst der Angst ist Mut. Und ich konfrontiere die Angst, indem ich mutig entgegengehe und sage, hier bin ich. Hier bin ich, komm, wir setzen uns auseinander. Du hast deinen Wert, Angst, du hast deinen Platz, du hast deine Aufmerksamkeit verdient, du bist da, um mich zu schützen, ich erkenne das an. Aber ich bin jetzt bereit, meiner inneren Führung zu folgen. Und ich weiß, dass du Angst hast, aber das ist wo, ich brauche da ein paar Beispiele, wo ich dir sagen kann, hier schau mal, es führt uns an einen richtig guten Ort. Ja, die Ängste hatten ja tatsächlich ihren Vorteil in der Vergangenheit, in unserer Evolution. Hat uns ja gleich bewahrt, dass wir nicht irgendwo in der Dunkelheit, wo es vielleicht noch ganz andere Gefahren gab als wir heute. Aber wir leben in anderen Zeiten und da sind manche Ängste vielleicht nicht unbedingt förderlich. Aber in dieser Technik, das zu stellen und zu sagen, okay, nun gibt es ja auch Ausbilder, die nehmen zum Beispiel für diese Spinnenphobie, die werden dann den Menschen langsam an die Spinne gewöhnen, bis sie als eine Vogelspinne dann auf der Hand krabbelt und dann sagen, okay, schau her, alles gut. Oder bei Höhenangst oder was gibt es ja alles für mögliche Phobien, sich da ranzutasten und sich dieser Angst zu stellen, dass sie dann vorbei ist. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dieser Intuition zurück. Wir Männer sind, wie gesagt, Intellekt, unser Verstand ist unser wichtigstes Instrument. Und das ist ja auch das, wo uns hier in dieses 21. Jahrhundert mit Mondlandung und alles Mögliche hier und dieser Technologie alles verstand. Aber bei uns ist es auch nicht ganz stimmt. Ich habe jetzt neulich einen interessanten Vortrag gehört von einer Wissenschaftlerin, die das genau untersucht, wie eben Forscher, die großartige Sachen erfunden haben, zu diesen Erfindungen gekommen sind. Und die sagen auch, sie sind in einem Zustand, wo plötzlich sagen, es kommt diese Information, aber die ist gar nicht von mir. Ich setze die nur um. Das glaube ich ist auch nichts anderes, wenn du in diese Intuition, in dieses Feld reingehst und du lässt es fließen und das kommt dann. Wir haben ein bestimmtes Ritual, manche von denen, und die hat da ganz große Namen aufgezählt. Und die haben praktisch mit genau dieser Technik so hier reinzugehen, dass sie es fließen kann. Ja. Also, ist das spannend, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da gibt es, glaube ich, noch richtig viel zu entdecken und zu erforschen. und gleichzeitig gibt es natürlich viel Literatur und so weiter und so fort, aber allein diese Entscheidung zu treffen, wird schon viel verändern. Wird mir dann schon die Entscheidung zu treffen, auf die innere Führung zu hören, wird mich schon mit denen an das Wissen oder an das, was ich brauche, führen. Genau, darum magst du eben diese Gruppen, unter anderem im Wald, weil ich glaube, eins ist mit Sicherheit nochmal das zu üben, das mitzuerleben am eigenen Leib. Das eine ist die Theorie, haben wir wieder im Verstand. Und das andere ist das, tatsächlich auszutesten. Ja. Und wenn man das ausgetestet hat, dann sagt man, wow, ich kann dieser Intuition zu 100% vertrauen. Ja. Ich brauche da nicht permanent, wenn da was kommt, meinem Verstand, weil ich habe das schon 25 Mal jetzt gemacht, jetzt weiß ich, dann wird es auch beim 26. Mal stimmen. Genau. Und dort quasi einen Raum zu haben, in dem man das quasi gemeinsam oder mit mir zusammen zumindest, je nachdem, erfährt, ist das einfach, ja, das ist eine ganz andere Qualität. Und ich habe die Erfahrung, dass selbst online die Ergebnisse unglaublich sind. Also wenn ich auch für mich alleine manche Sachen übe, dann sind die Erfahrungen oder die Ergebnisse nicht so präzise wie in einer Gruppe. Selbst wenn die online ist, obwohl wir gar nicht in einem physischen Raum sind, was wiederum darauf hindeutet, dass es quasi eigentlich gar keine Grenzen gibt, sondern wir quasi eigentlich alle miteinander verbunden sind. Und sobald auch teilweise in verschiedenen Orten des Landes oder sogar Europas oder so gleichzeitig Leute sich damit verbinden und damit üben, werden ganz neue Sachen möglich. Wie lange brauchen deine Teilnehmer, um hier reinzukommen? Kriegst du dann auch später dann eine Rückmeldung, wenn sie dann wieder zu Hause sind? Verfolgen sie das weiter oder was passiert dann? Manchmal. Also was mir einmal, also ich glaube, das ist das Beeindruckendste, was mir passiert ist, war, dass ich quasi eine Teilnehmerin, sie hat gar nicht, also da ging es quasi darum, dass sie quasi in einem Raum steht und ein Teilnehmer, eine andere Teilnehmerin schleicht sich quasi hier an und soll ihr eine Backpfeife geben. Okay. Schon toll genug, dass ihr Unterbewusstsein wirklich das Bedürfnis hat, sie zu warnen. Weil wenn das so zu zaghaft ist, warum sollte sie, ne, und die hat quasi eine Augenbinde auf. Und Uropax. Das heißt, sie hört und sieht nicht. Und dann wurde die immer gebackpfeift. Und irgendwann, und ich beobachte von außen, und irgendwann sage ich ihr, dein Arm zuckt immer genau in die Richtung, von der die Gefahr kommt. Und dann war die Wahrnehmung geschult. Und dann ist ihre Trefferquote quasi von 0% auf quasi 85 oder so gegangen. Das heißt, die hat sich selber nicht wahrgenommen, ihren eigenen Körper, dass die ja schon mitbekommt, hier kommt Gefahr vor hinten. Genau, weil was will der Arm machen? Der will sich schützen. Ja, genau. Genau. Oder da gibt es auch so Taumeln oder sowas, der Körper will zurück. Das ist nur eine Übung von Tausenden. Also du hast eine ganze Bandbreite von diesen Techniken zusammengetragen, damit man das dann durchüben kann. Ja, genau. Da gibt es quasi Bereiche der Intuition für Persönlichkeitsentwicklung, für Gefahrenwahrnehmung, für Wahrnehmung von anderen Menschen, für Wahrnehmung sozusagen meiner eigenen Lebensschritte oder Blockaden, die ich habe oder andere. Also das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und dieser Krieger ist das, der sagt, okay, wenn du jetzt erkannt hast, dass diese Intuition tatsächlich ein mächtiges Instrument ist, setz das ein. Ja, genau. Und zu dieser Dame wollte ich noch was sagen, weil ich habe sie vor kurzem oder vor einem Jahr oder so wieder getroffen. Und ich bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren und sie hat mich angehalten. So, Daniel, Daniel. Und ich bin stehen geblieben und dann hat sie mir erzählt, das ist Jahre her, dass wir diesen Kurs zusammen gemacht haben. Aber letztens, oder das ist jetzt auch schon ein Jahr her, aber zu dem Zeitpunkt saß sie quasi, sie saß in der Kneipe mit ihrem Freund und dann hat sie dieses Zucken im Arm gefühlt. Und sie guckt sich um und merkt so ein komisches Gefühl. Sie hat sich so, das war das erste Mal Jahre danach, der Kurs war schon vorbei, aber einmal wurde quasi in ihrem System dieser Trigger sozusagen verankert. Ah, das dort so signalisiert mir mein Körper, dass Gefahr droht. Und unser Unterbewusstsein nimmt so viel mehr Wissensquellen, will mit uns kommunizieren, aber wir hören nicht. Und sie hat aber gehört und ist dann gegangen und ihr Freund ist geblieben, was ein Geschenk war im Sinne von der Überprüfbarkeit. Weil er hat dann gesagt, dass die, die reingekommen sind, haben dann versucht, irgendwie jemanden das Handy zu klauen und Taschenebstahl und es ist total eskaliert und gab da irgendwie Großes... Und die wusste das und ist zeitnah gegangen. Und das macht mich sehr dankbar, weil ich habe diese Erfahrung gesammelt, wo ich eben in Situationen war, wo ich eben nicht darauf gehört habe. Ich bin kein guter Institutionslehrer geworden, weil ich immer meiner inneren Führung gefolgt habe. So genau das Gegenteil, ne? Sondern oft, vor allem früher, genau das Gegenteil. Und einmal war ich zum Beispiel, da bin ich auf den Philippinen gelandet. Also war mehrere Monate in Asien unterwegs, da war ich schon ein halbes Jahr dort und bin einfach rumgetrampt und habe Leute kennengelernt. Und die haben mir gesagt, Daniel, hier, wenn du magst, hier Regenwald, da gibt es ein Gebiet, das ist militärische Sperrzone. Und da, wir können, wir kennen uns da aus, wir haben da Zugang so. Ist auf jeden Fall viel mit Schleichen und Tarnen und darum, da reinkommen überhaupt, ist schon ein bisschen abenteuerlich. Und ich war sofort Feuer und Flamme, war große Abenteuer, bin ich immer noch. Und war so, okay, super, cool. Und dann besteigen wir so dort einen Berg und wir sind da rein. Und es war wunderschön, also wirklich wunderschöne Pflanzen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also richtig Dschungel, richtig Regenwald und wow. Und zwei, drei Tage ging alles gut. Und am Ende des dritten Tages kommen wir quasi an so eine Weggabelung. Und da habe ich so gemerkt, wir müssen hier links. Und ich sehe schon, die wollen rechts. Und in mir, ich fühle so richtig dieses Gefühl von beobachtet werden. Dieses Gefühl von, hier stimmt irgendwas nicht. Gefahr liegt in der Luft. Ich fühle meine Nackenhaare, die stellen sich auf. Ich fühle Spannung in meinem Körper. Ich merke so, nein, ich kann. Aber was soll ich machen? Soll ich den Leuten, die sich hier auskennen, die hier aufgewachsen sind, jetzt sagen, wo es lang geht? Genau, das bist du dem Volk. Da kommt einfach dann so. Und ich hätte das unbedingt aussprechen müssen, weil wir sind dann weitergegangen. Und dann ging es einigermaßen wieder. Und 20 Minuten später kam nochmal so eine Welle von, irgendwas stimmt nicht. Hier ist absolut Gefahr. Mein Körper schwitzt. Das Gehen wird anstrengender. Das Atmen wird anstrengender. Und irgendwann höre ich so Rascheln im Gebüsch. Und ich drehe mich um, es kommen zwei so paramilitärische Soldaten mit einem Gewehr quasi auf mich zeigend aus dem Gebüsch. Und die waren so. Und dann meine Begleiter. Ich glaube, die hatten irgendein Emblem, was Sympathie, es war so eine kommunistische Guerilla-Gruppe in diesem Dschungel. Und die hatten irgendein Emblem, was eine Zugehörigkeit oder eine Sympathie, und das war, glaube ich, unsere Rettung. Lange und wieder kurzer Sinn, die haben das dann irgendwie geklärt und haben gesagt, nein, nein, hier, dummer Tourist und so. Wir haben den mitgenommen. Und die haben gesagt, das sind Eindringlinge. Wir haben den Auftrag, hier auf die Eindringlinge zu schießen. Und das haben die auch probiert. Bloß die waren so neugierig, dass sie irgendwann überprüfen wollten, was wollen die denn eigentlich hier? Das ist so komisch. Und meine Begleiter waren so, hier, wir haben was zu essen für euch und hier noch eine Tatschenlampe. Und wir sind dann fein rausgekommen. Und wir finden euch toll, weil ihr lebt hier wild und frei im Dschungel und viel Sympathie aufgebaut und so. Und dann haben die uns gehen lassen. Aber ich habe richtig gefühlt, da versucht gerade jemand, mich abzuknallen so. Und dieses Gefühl war so stark. Und ich habe so richtig Schweißausdrücke bekommen. Ich habe auch gefühlt, die haben mich im Visier. Dann sind wir weitergelaufen, haben es nicht geschafft. Dann sind die quasi einmal rum und haben wieder gewartet. Die wussten, kannten unseren Weg. Oh, das ist eine brenntige Situation. Genau. Und das war der Tag, wo ich mir gesagt habe, ich will dieses Thema Intuition erforschen. Da gibt es irgendwann... Das war der Schlüsselmoment. Das war für mich einer der größten Schlüsselmomente, weil ich so richtig gefühlt habe. Und ich dachte so, ich habe diese Legitimation nicht. Also ich glaube immer, ich muss es verstehen und wissen. Aber das stimmt nicht. Es gibt einen Teil in mir, der weiß... Aber das ist doch spannend, wenn du die Schule abgebrochen hast oder diese rausgegangen bist, vorzeitig, um diesen Weg zu gehen, wo du jetzt stehst. Wenn man im Nachhinein das anblickt, dann sagt man, das war genau richtig, weil das, was dir die Schule beigebracht hätte, war ja nicht dein Weg gewesen. In der Schule, im Studium, gibt es ja nicht irgendetwas, wo man sagt, wir Intuitionslehrer oder Intuitionsprofessor oder wie auch immer. Das gibt es ja nicht. Das hast ja du erst erfunden, diesen Weg oder das, was du magst. Oder das so umzusetzen. Da waren diese Reisen und diese Erfahrungen ja notwendig. Sonst könntest du das nicht machen. Ist das nicht spannend? Wie das Leben manchmal agiert, wenn man das im Nachhinein ansieht. Und auch wie wichtig, wie wichtig auch so die heftigsten Erfahrungen meines Lebens waren ganz, ganz wichtig, um eben diese Fähigkeit, auch die Gewalterfahrungen waren total wichtig, um wirklich zu wissen, was einen Konflikt ausmacht und was in einem Konflikt, bei uns vorgeht. Das hat mich ja überhaupt auch zu einem Kampfkunstlehrer werden lassen, damit ich überhaupt weiß, wovon ich spreche. Im Nachhinein hat alles Sinn gemacht. Richtig. Viele Menschen wollen ja allen Schmerz und Leiden und diese Dinge aus dem Weg gehen. Aber du sagst gerade, bestimmte Erfahrungen, die vielleicht nicht schön sind in diesem Augenblick, bereichern aber unser Leben. Wo sind wir denn am meisten gewachsen? Bei diesen Erfahrungen, wo alles geflutscht ist, dann muss man sagen, nee, das ist gar nicht sowieso. Genau. Sondern bei diesen Sachen, wo wir nicht gekannt haben oder wo uns Herausforderungen gegenüberstanden und man sagt, wow, wie haben wir die gemeistert, da wachsen wir doch am meisten. Und offensichtlich sind wir ja nicht hier inkarniert, um den Verstand maximal auszudehnen, das weiß ich nicht, sondern eben diese Erfahrungen zu sammeln, wie gehe ich in Situationen liebevoll um und vermeide eben die kriegerischen Auseinandersetzungen. Genau. Also ich habe die Schule nicht wirklich abgebrochen, sondern ich habe mit einem ganz schlechten Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse bin ich raus so. Und das hat mir schon, selbst wenn ich in der Schule anwesend war, war ich nicht anwesend. Und dadurch habe ich mir vielleicht so ein bisschen was von den Konditionierungen erspart. Dadurch ist es mir vielleicht ein bisschen leichter gewesen. Nein, ein bisschen, sagen wir mal, draufgängerischer oder ein bisschen mutiger vielleicht, weil jeder traut sich. Viele möchten vielleicht sagen, okay, ich möchte auch raus in die Welt. Und dann sagen die, nee, also, da brauche ich einen Flug, da brauche ich Geld, da brauche ich Unterkunden, das kann man alles sich leisten, ich bleibe hier. Du hast gesagt, okay, egal, ich probiere es trotzdem. Ja, und viele von diesen Fähigkeiten, die es auch dafür braucht, übergebe ich sozusagen in den Friedvolle Kriegertrainingscamp. Auch das, wie komme ich denn draußen überhaupt klar und so weiter. Denn in der Natur kriegen wir ganz viel wiedergespiegelt. Da kommen wir zu uns, da kommen wir zu unserer Ruhe und dort bekomme ich quasi auch Antworten auf meine Fragen. Wenn die Leute oder die Menschen, man sieht ja heute, entweder haben sie Eierstöpfel drin in der Stadt, wenn sie irgendwo spazieren gehen oder joggen oder sie blicken permanent auf ihre Smartphones. Wir sind ja permanent eigentlich abgelenkt, oder? Wir sind ja praktisch permanent irgendwo gar nicht bei unseren inneren Sinnen. Sollen wir nicht hier einen, vielleicht ein Ritualtag, eine halbe Stunde am Tag weglegen, in der Früh oder abends vielleicht die Nachrichten nicht einschalten, wie auch immer. Was hast du denn da für Tipps, dass die Menschen wieder mehr auch in dieses Gespür kommen, die vielleicht jetzt keinen Kurs mitmachen? Ja, auf jeden Fall bestimmte Zeiten ohne Telefon ist auf jeden Fall Gold wert und wir haben die ganze Zeit solche intuitiven Wahrnehmungen und Momente. Der Klassiker ist, ich denke an jemanden und dann klingelt das Telefon und da zum Beispiel, wenn das Telefon klingelt, einen Moment inne zu halten und zu sagen, so, wer ist denn das? Und dann mal gucken, was für ein Bild aufkommt zum Beispiel und dann gucken, ah ja, okay, wusste ich schon vorher oder aufzuschreiben, wenn ich quasi zu Bett gehe, so, ich mache alles aus, Strom aus und dann gucke ich mal, gab es denn irgendwelche Momente an diesem Tag, wie habe ich mich heute gefühlt? Gab es irgendwelche Momente, die einen Hinweis auf zukünftige Ereignisse gehabt haben, um herauszukitzeln, weil die Intuition ist leise. Und die Sprache zu verstehen. Und die Sprache zu verstehen. Das Gefühl. Ja, genau. Also etwas zu fühlen, Emotionen, ist ein Hinweis auf, also Intuition geht über Gefühle. Ja. Ich fühle mich unwohl, aber Druck im Nacken, mir steht die Nackenhaare auf, oder auf diese Dinge zu achten. Ja, Träume zum Beispiel auch, ich habe, als ich 15 war ungefähr, da habe ich in Träumen quasi ganze Stadtpläne von Berlin-Kreuzberg und Berlin-Neukölln quasi in meinen Träumen gehabt. Ich wusste, ich kannte mich in den Straßen aus und dann wusste ich so, da war ich 15, okay, ich mache die Schule irgendwie Hauptschulabschluss fertig und dann gehe ich dorthin und wohne dort, weil ich kenne mich schon aus. Ich war noch nie vorher dort. Und so war das dann auch. Ich bin dorthin gegangen und ich kannte die Straßennamen teilweise auswendig, obwohl ich vorher noch nie dort war. Also das ist schon spannend, dass man sagt, man kann hier Informationen abgreifen. Wir hatten ja vorher das Beispiel der Wissenschaftler, die sich mit diesem Heureka oder wie auch immer, oder der, ja, wie der Forscher geheißen hat, die Benzonformel erfunden hat oder gefunden hat, der hat gesagt, er sieht die Schlange, die sich in einen eigenen Schwanz beißt und hat gewusst, wie er die Formel anwenden muss, wie eine Benzol und so weiter. Gibt es also unzählige dieser Beispiele. Das geht nur, wenn ich auch einmal mich zurückziehe aus der Masse, eine Zeit auch für mich habe. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Also Zeit im Idealfall in der Natur und dieser inneren Führung Raum zu geben, sich zu entfalten und auch zum Beispiel, ja, wir sind unterschiedlich. Die einen gehen eher über Empfindungen, die anderen kriegen innere Bilder, die nächsten Träume oder die übernächsten Schreiben intuitiv. Also das ist ein unterschiedlichste Werkzeugkasten. Ja, nicht alles funktioniert für alle. Bei mir kommen total viele Bilder. Ich bin der total, ich stelle eine Frage und mir kommen Bilder. Ich weiß dann einen Moment, irgendwas weiß aber nicht, woher. Genau. Und das ist auch nicht wichtig. Das ist der Verstand, würde das gerne wissen. Aber die Intuition, die weiß einfach. Genau. Die weiß nicht, woher sie weiß oder warum sie weiß, aber sie weiß. Aber wenn man weiß, dass man sich darauf verlassen kann, braucht man ja permanent hinterfragen. Ja, genau. Und ich habe die Erfahrung gemacht oder in meinem Weltbild momentan, das ändert sich ja auch, das ist ja ein dynamischer Prozess, aber in meinem momentanen Weltbild ist es quasi so ein bisschen so, dass ich mir wie so die Welt als, also quasi, ich bin quasi eine Seele, die ein Computerspiel spielt und ein Spiel einlegt, Planet Erde, Rasse Mensch und die Spiel wählt sich dann so ein Avatar und der läuft dann hier quasi herum und hat gewisse Missionsziele, nenne ich mal. Das ist doch schon ziemlich neu, glaube ich. Um dieses Spiel so ausdurchzuspielen sozusagen, um hier diese Erfahrungen zu sammeln und die Intuition, die führt mich quasi immer zum nächsten Missionsziel. Aber ich habe auch die Möglichkeit, mich zu verzetteln oder durch die Konditionierungen, durch die ich die ersten Levels in diesem Spiel quasi über mich ergehen lassen muss, mich quasi sozusagen so blockieren durch Ängste und diese Konditionierung, dass ich nie irgendwie rauskomme. Dann ist einfach Schule, Studium, Arbeit. Und du richtig hast, nicht mehr um den Greif. Wenn es gut läuft, Rente und dann tot. Und dann bist du nicht wirklich wieder weit gekommen. Vielleicht hat das ja auch seinen Wert. Vielleicht gibt es auch mal so ein Leben, wo man sagt, okay, graust du mich mal aus. Also ich will das nicht bewerten oder beurteilen, aber ich habe die Erfahrung gemacht oder in meinem Weltbild momentan sieht das so aus, dass meine Intuition, mich immer genau zu der nächsten Ebene führt, zum nächsten Plateau, wo ich meine nächsten Erkenntnisse... Wenn wir jetzt über diese neue Zeitrechnung sprechen, über den neuen Zeitgeist, über diesen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft, in der Zivilisation, wir wissen ja als Zivilisation, so mit diesem materialistischen Weltbild können wir nicht fortfahren, wir müssen hier irgendwas ändern, weil die Welt wird ja irgendwie komplexer. Sind das diese neuen Instrumente, die man sagt, in dieser immer komplexer werdenden Welt wäre die Intuition ein Instrument, mit dem du es wirklich gut gefahrlos in deine Zukunft ging? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für die neue Zeit absolut essentiell. Ich respektiere mittlerweile, es fällt mir schwer, aber ich respektiere mittlerweile, wenn die Menschheit sich als Kollektiv dafür entscheidet, gegen die Wand zu klatschen, dann kann sie das machen. Aber in the real kann ich auch entscheiden. Genau. Ich für meinen Teil, ich werde mein Bestes dafür geben, irgendwie den, quasi den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen oder meinen Teil dazu beizutragen. Ganz genau. Und deswegen biete ich auch mein Wissen zum Teil kostenfrei an, biete die Workshops, die Online-Workshops an. Du hast die Website, die friedvollekrieger.de, oder? Genau. Und ja, und es liegt quasi an uns, welcher Stimme werden wir, werden wir, ja, welcher Stimme, auf welcher Stimme werden wir hören? Die Intuition, die uns zu mehr Verbindung und Weisheit und Erkenntnis führt, Verbindung zu uns, zu anderen, zur Natur oder zum Verstand, der uns dorthin führt, wo wir, wissen wir ja genau, wo uns das hinführt. So haben wir schon viel Erfahrung mit. Konsumieren, immer kurzfristige Befriedigung und dann wieder konsumieren. Genau. Ja, und wir haben viel Potenzial noch als Menschheit. Das denke ich auch. Und jeder Einzelne von uns. Daniel, es war ein wunderbares Gespräch, mal eine andere Beleuchtung zum Thema Intuition als der friedvolle Krieger. Liebe Zuseher, ich hoffe, dass Sie nächstes Mal wieder einschalten, wenn wir auch diese Themen besprechen. Das war Time of Change TV. Danke fürs Zuschauen. Ja, seid mutig, geht euren Weg. Genau. Richtig. Danke. Danke. Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter Musik Future Technology bei Maxco Music Redaktion Britta Wisniewski Für weitere Informationen besucht bitte die folgenden Seiten LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und timeofchange.tv unter www.time-of-change.tv 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 www.time-of-change.tv